Moin! Ja, heute habe ich mir drei Themen ausgesucht, die ich mit euch durchgehen möchte und ich werde auch einige Kommentare vorlesen zu den verschiedenen Themen. Die Themen lauten in der Überschrift Ermutigungsanruf, Verhältnismäßigkeit und Gendergott. Die erste Nachricht ist von NTV, Mittwoch, den 24. Februar. Ämter sollen Skeptiker ermutigen. Israel gibt Daten von Nichtgespritzten frei. Israel spritzt so schnell wie kein anderes Land der Welt. Das Parlament erlaubt nun, dass die Daten von Spritzgegnern weitergegeben werden dürfen. Die Betroffenen bekommen dann etwa einen Ermutigungsanruf. Die Opposition fürchtet, dass solche Angaben in die falschen Hände geraten können. Ja, ähm, da ist auch nicht so viel mit Befürchten. Mir fällt vor allem erstmal das Framing auf, dass man diese Menschen Spritzgegner nennt. Es gibt auch Menschen, die aufgrund ihrer Gesundheit sich nicht spritzen lassen dürfen. Und hier framet man sie alle und wirft sie alle in einem Topf. Und ja, ich... Kauft nicht bei Ungespritzten, fällt mir da gerade so ein. Letztendlich erleben wir hier eine Agenda, dass die Bevölkerung geteilt wird und die zwei Hälften gespritzt und ungespritzt gegeneinander aufgehetzt werden. Das ist wirklich schlimm. Anders kann ich das nicht sagen. Und ich hatte vor ein paar Wochen auch eine Nachricht aus Italien oder so, glaube ich, vorgelesen, wo die Daten ja auch gesammelt wurden. Also von denjenigen, die sich nicht spritzen lassen. Und da in der Nachricht stand ja auch, dass die Daten sicher sind und bla bla bla, nur für die Behörde. Aber mir war von Anfang an klar, wenn solche Daten erhoben werden, dann werden sie auch gegen die Menschen eingesetzt. Weil sonst braucht man ja keine Daten zu erheben. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass wir letztes Jahr in den Nachrichten gelesen haben, Herdenimmunität ist erreicht bei 60 bis 70 Prozent. Und ja, dann können wir alle wieder ein normales Leben leben. Aber das ist ja mittlerweile auch längst Vergangenheit, weil mittlerweile muss jetzt jeder gespritzt werden. Und die WHO hat ja auch die Definition von Herdenimmunität ja auch längst abgeändert. Dass du letztendlich nur noch als immun giltst, wenn du gespritzt wurdest. Und das ist ein Skandal. Das ist einfach ein Skandal. Und diese Ermutigungsanrufe, ja, das erinnert mich auch an George Orwell von 1984. Das Ministerium der Wahrheit war das Ministerium, welches die Propaganda verkündigt hat. Und ich glaube, es gab auch ein Ministerium des Friedens. Das war das Kriegsministerium. Und wenn ich dann an diese Ermutigungsanrufe denke, gehe ich einfach mal davon aus, dass das Drohanrufe sind. Ach, und ein Hoch auf den Flugmodus. Also, mich wird man definitiv nicht erreichen. Natürlich, das ist hier die Nachricht aus Israel. Aber dadurch, dass das hier eine weltweite Agenda ist, werden wir so etwas Schönes auch erleben. Spätestens, wenn wir eine Spritzaufforderung in unserem Briefkasten haben und wir dieser nicht nachkommen, da können wir ganz sicher sein, dass wir erfasst werden. Auf der schwarzen Liste. Und es geht weiter, nicht? Also, die Behörden sollen die Möglichkeit bekommen, um Menschen durch persönliche Ansprache zum Spritzen zu ermutigen. Wie war das nochmal? Es gibt Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die sich einfach nicht spritzen lassen können. Dazu zählen zum Beispiel auch Allergiker. Ich habe jetzt diese Nachricht nicht zur Hand, aber ich habe gelesen, dass von behördlicher Seite das Allergiker sich nicht impfen lassen sollen. Die Maßnahme gilt, bis die C-Pandemie für beendet erklärt wird, mindestens aber für drei Monate. Verschwörungstheoretiker sagen ja, dass das hier bis 2025 geplant wird, aber das ist natürlich alles bloß Verschwörungstheorie. Und hier sehen wir Menschen beim Spritzen und gespritzt werden. Ähm, ja. Tatsächlich haben die Behörden es geschafft, dass Menschen sich mit Freibier und einem Stück Pizza dorthin bewegen lassen, äh, sich dieses Giftzeug zu injizieren. Also, und ja, ich weiß einfach genug darüber. Also, allein dieser ganze Druck, der auf die Ungespritzten gemacht wird, lässt für mich keinen anderen Schluss zu, dass dieses Zeug gefährlich für den Menschen ist. Gibt es einfach keinen anderen Grund. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal, dieses Verhalten, diese Hysterie. Und, ähm, dass die Behörden und die Regierung und die Medien, also, die machen ja alle mit, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Hier kommt die nächste gute Nachricht. Kretschmer schließt eine Spritzpflicht nicht aus. Also, in Wirklichkeit, ähm, glaube ich nicht, dass er irgendwie von der Linie abweicht. Ich glaube persönlich aber auch nicht, dass es eine Spritzpflicht geben wird. Das glaube ich nicht, weil dann nämlich die Regierung dafür haftbar gemacht werden kann, sollten Nebenwirkungen auftreten. Also, ich gehe davon aus, dass dieser Artikel einfach nur weiter dazu dienen soll, Panik zu verbreiten. Und auch die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und ich lese euch einfach mal den beliebtesten Kommentar hier vor, von Katrin H. So, so, eine Spritzung, die so sicher ist, dass man dazu gezwungen werden muss, gegen eine Krankheit, die so gefährlich ist, dass man getestet werden muss, um zu bemerken, dass man sie hat. Genau mein Humor. Ich teile einfach diese Nachrichten hier nicht, um Angst oder Panik zu verbreiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber psychisch darauf vorbereitet, was hier eventuell im Sommer geschehen wird, wenn 60 bis 70 Prozent der Menschen hier gespritzt worden sind. Dann wird diese Regierung hier ganz andere Maßnahmen einführen, bezüglich derjenigen, ja, der Spritzverweigerer. Wenn das Framing nämlich jetzt schon so krass ist, das ändert aber immer noch nichts für mich daran, dass ich mich niemals freiwillig spritzen lassen werde. Also erst mal auch aufgrund dessen, dass ich Allergiker bin und auch Tabletten nehmen muss, sonst bekomme ich wirklich Probleme gesundheitlich. Aber auch zweitens, also ich misstraue diesem Zeug. Ich misstraue diesem Zeug hoch 100. Kommen wir zum nächsten Nachrichtenabschnitt. Verhältnismäßigkeit. Ich zeige euch erst mal das Video. Es ist ein Polizeieinsatz und ihr könnt ja dann erst mal spekulieren, was dieser Mann verbrochen hat, dass die Polizisten so hinter ihm herjagen. Und ich spiele es jetzt erst einmal ab, ohne Kommentare. Es ist auch ohne Sound, weil, ja, wir brauchen den Sound nicht zu hören. Also stellt euch einfach mal Tatütata vor. Das Video alleine sagt schon viel aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, was hatte der junge Mann verbrochen? Er hat seinen Kumpel umarmt und keine Maske getragen. Und der Polizist hat diesen jungen Mann, hat nicht nur diesen jungen Mann in Lebensgefahr gebracht, sondern auch seine Kollegen. Ich spiele das Video jetzt noch einmal langsam ab. Wir sehen hier, wie der Polizist Vollgas gibt, dass das Heck des Wagens ausbricht, und seine Kollegen trifft. Der junge Mann rennt weg. Ich glaube, die wollten ihm ein Bußgeld von ein paar hundert Euro aufdrücken oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, wie der Polizeiwagen hinter dem jungen Mann hinterher rast. Und wäre dieser junge Mann gestolpert, hätte der Wagen ihn überfahren. Und das ist einfach unverhältnismäßig, hoch zehn. Das haben wir in der Grundausbildung gelernt. Und ich bin davon überzeugt, das lernt jeder Polizeischüler auch in den ersten Monaten seiner Ausbildung. Was Verhältnismäßigkeit bedeutet. Dieser ganze Vorfall hat sich in Hamburg ereignet und erschlägt recht hohe Wellen. Den Tweet von der Polizei in Hamburg fand ich merkwürdigerweise sehr kühl. Und ja, wie soll man sich überhaupt an der frischen Luft anstecken, wenn man nicht krank ist? Also diese Polizei hat hier eine Stellungnahme veröffentlicht und sie wird auch diesen Vorgang untersuchen, natürlich. Aber ich finde, diese Stellungnahme dazu, was dort geschehen ist, das Video sagt doch alles aus. Dieser Mann, der dieses Polizeifahrzeug gesteuert hat, ist untauglich für den Dienst. Der müsste sofort suspendiert werden. Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Annahme. Ich gehe davon aus, dass die Polizei von der Regierung dazu angehalten wird, bei solchen Vergehen, die eine Ordnungswidrigkeit sind, also bei diesen C-Maßnahmen, besonders hart durchzugreifen. Und diejenigen, die das hier immer noch begrüßen und relativieren, die möchte ich daran erinnern, wie die Dealer im Drogenpark in Görlitz behandelt werden. Hier misst man mit zweierlei Maß. Aber das ist auch klar, weil das hier ist das kommende antichristliche Weltreich und aus Gut wird Böse und aus Böse wird Gut. Alles wird hier verdreht. Ich möchte euch einige Kommentare dazu vorlesen. Tolle Stellungnahme. Ich fasse zusammen. Weil ein Mensch seinen Kumpel umarmt hat und für so eine Lappalie keine dreistellige Summe bezahlen will, brettert man mit einem Auto durch einen vollen Park. Das Auto scheint zudem schwer beherrschbar zu sein. Wirklich klasse. Ich hoffe sehr, liebe Polizei, Hamburg-Hansestadt, dass Sie diese Kommentare aufmerksam lesen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Sie sind auf einem falschen, ja gefährlichen Weg. Friedliche Bürger jagen und andere Unbeteiligte in Gefahr zu bringen, das ist nicht hinnehmbar. Leider gab es einfach auch viele Kommentare, die diesen Polizeimaßnahmen zugestimmt haben. Ich möchte von reitschuster.de einen Kommentar hier vorlesen, der auch die meisten Likes bekommen hat. Von Klaus Harjes. Ich habe über 40 Jahre Dienst in der Polizei hinter mir. Das letzte Jahr hat gereicht, dass meine polizeiliche Welt in sich zusammengebrochen ist. Welch eine Schande ist die Polizei 2020-21. Niemals hätte ich für möglich gehalten, dass die Polizei so gnadenlos auf die Bevölkerung losgeht. Beispiele dafür sind in den Leserbriefen zuhauf genannt. Ich schäme mich. Wie kann man seinen Ruf und Rückhalt in der Bevölkerung so gedankenlos ruinieren? Wenn irgendeiner mit goldenen Sternen auf den Schultern dieses lesen sollte. Ihr wollt Führungsbeamte sein? Karriere geile Opportunisten seid ihr. Nichts weiter. Von den Polizeigewerkschaften hätte ich ein klares Wort erwartet, dass die Beamten den Bürgern und dem Grundgesetz verpflichtet sind, nicht Politikern oder Parteien. Anmerkung, das Grundgesetz ist ja in weiten Teilen außer Kraft gesetzt worden durch das Ermächtigungs- äh, sorry, durch das Infektionsschutzgesetz und das wird auch garantiert nicht mehr aufgehoben werden. Ich hätte erwartet, dass die Gewerkschaften ganz deutlich machen, dass der Polizeivollzugsdienst sehr kritisch die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hinterfragt und Kadavergehorsam seit 1945 Geschichte sein sollte. Nichts kam von dort. Stattdessen wurde dazu aufgefordert, Demonstrationen ganz zu verbieten. Nach 42 Jahren habe ich meiner Gewerkschaft gekündigt. Allen Lesern kann ich nur dazu auffordern, geht demonstrieren. Lasst euch nicht von den schwarz gekleideten und voll ausgerüsteten Polizeibeamten 2021 einschüchtern. Bleibt friedlich, aber holt euch endlich eure Grundrechte zurück. Ich würde gerne sagen, dem kann ich mich bloß anschließen, aber die Grundrechte werden wir auch nicht mehr mit Demonstrationen zurückbekommen. Das ist vorbei. Das hier ist das kommende antichristliche Weltreich, welches wir hier gerade errichtet sehen. Das wird hier gerade vor unseren Augen errichtet. Und wenn du noch keinen Frieden mit Gott durch Jesus Christus geschlossen hast, dann schließe ihn. Die Gnadenzeit läuft ab. Und nach der Entrückung der Gemeinde werden die grausamsten sieben Jahre dieser Welt anbrechen. Das können wir uns nicht vorstellen, was dann hier auf dieser Welt geschieht. Wir erleben hier gerade den Beginn. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was geschehen wird, wenn die Gemeinde entrückt worden ist und danach sich der Antichrist, der kommende Führer dieser Weltregierung und der Weltreligion sich geoffenbart hat. Ja, und das, man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss und das hier ist das das Schlimmste sozusagen. Kirche betet Gendergott an. Gott, die mich rettet und Botin des göttlichen Angesichts. Keine Sorge, ich lese hier nicht den ganzen Artikel vor, den ich sehr gut finde von Reitschuster. Das ist ein Gastbeitrag von Thomas Paulwitz und ich lese euch bloß die ersten, die ersten Absätze vor. Mit der Passionszeit beschert die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz, EKBO, den Freunden der deutschen Sprache eine ganz besondere Leidenszeit. Konnten sie die Ankündigung am Faschingsdienstag noch als Scherz missverstehen, so wurde daraus zum Aschermittwoch bitterer Ernst. Für die Dauer der Passionszeit posten wir die Bibeltexte für jeden Tag in geschlechtergerechter Sprache. Die Drohung wurde wahrgemacht. Ein Team aus Mitarbeitern der EKBO habe die Losung der Herrnhuter Brüdergemeinde in einer Sprache übersetzt, die über männliche Dominanz und Zweigeschlechtigkeit hinausgeht. Und die, die Vielfältigkeit Gottes sichtbar mache, hieß es. Als Grundlage dient offenbar die theologisch fragwürdige Bibel in gerechter Sprache. So wurde am Aschermittwoch aus Gott unser Heil, wie die Lutherbibel die entsprechende Stelle im Psalm 65 übersetzt, die weibliche Gottheit unserer Befreiung aus der Bibel in gerechter Sprache. Das Danklied gilt der Schöpferin, erläuterte die EKBO. Die Übersetzerinnen der EKBO gehen jedoch weit über die Bibel in gerechter Sprache hinaus. Sie vergendern den Bibeltext noch zusätzlich. Der Bote des göttlichen Angesichts in gerechter Sprache mutierte so am 20. Februar zu Botin, Bot, in, des göttlichen Angesichts. Jesaja 63,9 Dagegen übersetzt die Lutherbibel die Stelle völlig gegensätzlich. Nicht ein Engel und nicht ein Bote, sondern sein Angesicht half ihnen. Gott erscheint so in der Lutherbibel wesentlich näher. Mit Liebe und mit Schonung handelte Gott an ihn, gibt die EKBO weiter den Vers wieder. In gerechter Sprache war noch von Gott die Rede. So geht es täglich weiter. Am 22. Februar lässt die EKBO Maria von Gott, die mich rettet, Lukas 1,47 singen und unterstellt damit ihr eine Grammatikschwäche. Auf diese Weise nähern sich die täglichen Losungen einem gleichnamigen Begriff aus der Jägersprache. Und das werde ich jetzt einfach mal vergrößern. Losung steht dort nicht für Gott, sondern für Kot. Das ist pure Gotteslästerung, aber ich möchte noch einmal ein bisschen intensiver die EKBO beleuchten und vor allem welche Leute dort mitarbeiten. dann können wir einfach auch erkennen, dass die mit Jesus Christus nichts am Hut haben. Und das feiern sie. Losung geschlechtergerecht auf ihrer Twitter-Seite. Und das sind diese Leute, die sich dafür einsetzen. Interessanterweise ist es bloß ein Mann mit geschlechtergerechten Losungen durch die Passionszeit. Und auch diese Farbe lila ist für mich... Ich finde die Farbe lila auch sehr strange irgendwie. Wir lesen uns gleich ein paar Twitter-Kommentare durch. Leider hat die EKBO auch viele positive Zuschriften hier bekommen für diesen Quark, den sie hier angerichtet haben. Für das gotteslästerliche Zeug. Und wer die Bibel verfälscht, ist laut der Bibel verflucht. Steht in Galater 1.6, glaube ich. Also ja, von daher, also das Ding ist einfach klar. Und ich sage zu meinem Herrn Jesus Christus, Herr Jesus Christus und nicht Herr oder Herren. Das ist einfach pure Gotteslästerung. Bevor ich euch einige Kommentare vorlese, wollte ich euch die Webseite von der EKBO zeigen. Das ist jetzt hier ein Unterreiter. Die haben ja hier verschiedene Themen. Fürbitte. Und ich fand das interessant. Ich fand das Gebet interessant. Beispiel fürbitte. Gehalten von dir, Ewige, erkennen wir unsere Würde, versehrt und doch heil. Dein Glanz in uns, in unseren Körpern und Hoffnung. Dein Glanz in denen, um uns und in den weit Entfernten. Dein Glanz in allen, die jenseits der Liebes-, Lebens- und Körpernormen ihre Wege ziehen. Gehalten von dir, Ewige? Bitte? Ewige? Also derjenige, der diesen Text verfasst hat, kann kein Kind Gottes sein. Das sollte doch klar sein. Das ist die offizielle Webseite von der Evangelischen Kirche Berlin. Das ist eine Anregung für geschlechtergerechte Fürbittengebete. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und der ganze Gender-Kram, dahinter steckt ja sowieso, dahinter steckt sowieso die sozialistisch-marxistische Agenda. Erkennen wir unsere Würde? I'm sorry, das ist sowas von falsch. Der Herr Jesus Christus muss immer im Mittelpunkt stehen. Gott muss immer im Mittelpunkt stehen. Es geht immer um ihn, um das, was er dort am Kreuz getan hat. Ich als Mensch, so ein Gebet, deswegen auch, wenn ihr irgendwelche christlichen Songs singt, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, daran könnt ihr auch erkennen, welche Agenda dahinter steckt. Es muss immer Gott im Mittelpunkt stehen. Der Mensch darf niemals auf einen Podest gehoben werden. Alles soll zur Ehre Gottes dienen. Denn nur ihm gebührt alle Ehre. Nur ihm gebührt alle Ehre. Ich fand auf jeden Fall die Autoren so interessant, dass ich sie tatsächlich gegoogelt habe. Josephine Furian. Und ich habe etwas Interessantes entdeckt. Weil die evangelische Pfarrerin Josephine Furian tatsächlich sich engagiert, nicht nur als Seelsorgerin in der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt und als Pfarrerin für Flüchtlingsarbeit, sondern sie engagiert sich darüber hinaus auch im Befreiungstheologischen. Was bedeutet Befreiungstheologisch? Wahrscheinlich nach dem Motto, wir interpretieren die Bibel so, wie wir sie interpretieren wollen. Also sie engagiert sich darüber hinaus im Befreiungstheologischen Netzwerk Antifaschistische Kirchen. Und hier sehen wir die Aufkleber. Das ist Linksextremismus, was wir hier erleben. Das ist eine sozialistisch-marxistische Agenda, die satanisch ist. Karl Marx war Satanist. Und sein oberstes Ziel war auch, die Familie zu zerstören. Weil er der Meinung war, dass der Mensch sich nur frei entwickeln kann, wenn es kein Familienkonstrukt gibt. Und dass die Frau arbeiten muss, weil das Geld vom Mann nicht mehr reicht. Das war auch eine Agenda. Es geht hier im Kern, die Familie zu zerstören. Und wer tatsächlich ein Kind Gottes ist und bei diesen antifaschistischen Kirchen mitmacht, der sollte wirklich sich ganz genau informieren, wer Karl Marx ist und was er vertreten hat. Das ist Linksextremismus. Und deswegen sind diese Leute auch so voller Hass. Für die bin ich sowieso längst rechts. Dabei bin ich nicht AfD noch Linke. Ich lehne tatsächlich alle Parteien ab. Aber wie gesagt, es geht darum, den Gegner zu diffamieren und ihn zum Schweigen zu bringen. Und ich finde den Aufkleber auch sehr interessant. Da sehen wir auch hier wieder den Feminismus. Weil wir sehen ja das Zeichen der Frau. Und das Zeichen der Frau ist so verdreht, dass nach oben verdreht, dass das ein Kreuz darstellt. Da haben wir den Feminismus, der angeblich dazu dient, die Frauen zu schützen. In Wirklichkeit ist er komplett das Gegenteil. Der Feminismus wird als Kreuz dargestellt und dann weiß ich auch ganz genau, wen sie anbeten. Nicht mein Herrn Jesus Christus. Ihr Gott ist Satan. Ich glaube, jetzt ist wirklich der beste Zeitpunkt gekommen, um aus der EKD auszusteigen. Man kann das auch nicht damit relativieren, dass es ja bloß die evangelische Kirche in Berlin ist. Die verfolgen ja alle dieselbe Agenda. Würde das die EKD in Deutschland, also die evangelische Kirche in Deutschland, nicht befürworten, dann würden solche Artikel oder solche Aufkleber auch gar nicht gedruckt werden. Das ist der zweite Teil von der Ankündigung der EKBO.de, dass sie sagen, ein Team aus Mitarbeitern, der EKBO übersetzt die Verse in einer Sprache, die über männliche Dominanz und Zweigeschlechtigkeit hinausgeht und die die Vielfältigkeit Gottes sichtbar macht. Ein Übungsweg unserer Kirche in ihrer täglichen Frömmigkeitspraxis. Wisst ihr, liebe EKBO, schmeißt am besten die Bibel aus dem Fenster, lest den Duden oder was auch immer, aber lasst die Bibel in Ruhe. Wisst ihr, die Kirche des Satans aus den USA, die sagen wenigstens offen, dass sie Satan anbeten, ja? Aber hier haben wir Menschen, die den Herrn lästern und so tun, als ob sie ihm nachfolgen würden. Aber ihre Früchte sind eindeutig und allzu deutlich. Aber ich lese euch jetzt einige Kommentare vor. Wir sind Deppen und möchten, dass man das merkt. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Euch geht es nur noch um eure persönliche Agenda, die nichts mit Glauben zu tun hat. Was ein Christ noch in der evangelischen Kirche sucht, ist mir schleierhaft. Luther würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste. Naja, der weiß das ja, weil er ist ja oben beim Herrn. Aber das alles muss eben auch so sein. Also, wir erleben hier auch gerade, wie die Spreu von den Weizen getrennt wird und wir erleben auch jetzt hier gerade, welche Kirche dem Herrn nachfolgt und welche nicht. Das ist der krasseste Fall von Gotteslästerung, den ich je gesehen habe. Er wird stinksauer sein. Ich hoffe, er verzeiht euch. Ich glaube aber nicht. Ja, es hat nichts mit Verzeihen zu tun. Ich muss um Vergebung bitten und dafür muss ich auch erst mal erkannt haben, dass ich gesündigt habe und dann vergibt mir Gott auch. Aber ich glaube nicht, dass diese Menschen, die das hier verbrochen haben, jemals um Vergebung bitten werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das ist einfach der Höhepunkt der Gotteslästerung, dass ich Gott vergendere, dass ich die Bibel so verdrehe, dass der Ursprungsgehalt nicht mehr erkennbar ist. Das ist natürlich auch das Ziel des Satans, dass diese Bibel so verwässert wird, unbrauchbar gemacht wird. So, und bei all den schönen Nachrichten, tut mir leid, ich musste heute einfach mal über all diese Dinge sprechen und das Video ist wahrscheinlich sehr lang geworden. Jetzt zum Abschluss möchte ich einige Kommentare teilen und darüber sprechen. Diese Kommentare beziehen sich alle auf das letzte Video. Der hier ist von Rara Avis. Du hast vollkommen recht. Diese ganze Lügen-Pandemie hat mir gezeigt, dass man nichts mehr von dieser Welt erwarten kann. Die gesamte Welt ist eine Lüge und ich möchte echt nicht mehr Teil dieser Lügenwelt sein. Aber wie kann ich mich bekehren? Reicht da ein Bekehrungsgebet? Denn Taufen finden zurzeit nicht statt. Sogar Gottesdienste sind verboten, wo man sich einer Gemeinde anschließen kann. Wenn überhaupt werden Online-Gottesdienste angeboten. Denn ich glaube, eine Taufe ist doch Voraussetzung, oder nicht? Da ich im Neuen Testament gelesen habe, dass sich alle, die zum Glauben gefunden haben, sich taufen lassen. So langsam macht Satan echt den Sack zu. Und hier möchte ich Markus 16,16 vorlesen. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, im Gottesgericht schuldig gesprochen werden. Und lieber Rara Avis, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, würde jeder Mensch verloren gehen, der sich nicht hat taufen lassen nach seiner Bekehrung, wären wir eine Religion, eine Werksgerechtigkeitsreligion, eine Religion der Symbole. Dann wäre das Opfer am Kreuz auch nicht ausreichend. Markus 16,16 sagt es ganz klar. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und da steht nicht, wer aber nicht glaubt und nicht getauft wird, es gibt Menschen, die auf ihrem Sterbebett sich bekehren. Was wäre das denn für ein Gott, der sagt, alleine nur die Taufe rettet? Und ich muss ganz klar sagen, ich werde hier keine Kommentare zulassen, die was anderes sagen, wirklich. Das ist eine Irrlehre. Weil das ist Werksgerechtigkeit und damit wird das Opfer am Kreuz für als nicht vollständig erachtet. Die Taufe ist ein Zeichen nach der Bekehrung. Und vor allem findet sie oft in der Gemeinde statt, wo man sich zugehörig fühlt. Aber sie ist nicht Voraussetzung der Rettung. Gerettet werde ich, wenn ich erkannt habe, wer Jesus Christus ist, nämlich Gott. Und wer ich bin, nämlich sündig und verloren, dass ich mich selber nicht retten kann, dass ich mich selber nicht erlösen kann, dass ich kein Werk vollbringen kann, um mich zu retten. Und wenn ich erkannt habe, dass Jesus Christus Mensch und Gott ist, vollkommen, und dass er an das Kreuz gegangen ist und meine Sünden dort getragen hat, damit, wenn ich daran glaube und es bekenne, gerettet werde, dann wirst du gerettet und das geschieht in einem Nu, in einem Augenblick. Das war bei mir auch so. Ich habe danach tatsächlich noch zur Sicherheit ein paar Bekehrungsgebete gesprochen, weil ich so überrumpelt war von dieser Bekehrung, dass ich dasselbe erstmal nicht fassen konnte. Aber das war wirklich unglaublich, diese Bekehrung. Und ich spreche ja in meinem dreiteiligen Zeugnis auch darüber, wie ich mich bekehrt habe. Also, lieber Rara Avis, ich kann dir wirklich bloß sagen, ich finde es toll, dass du hier darüber geschrieben hast und ich hoffe, dass du erkennst, wer Jesus Christus ist und wer du bist und was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Denn Jesus Christus ist Gott, denn nur Gott alleine kann Sünden vergeben. Und Jesus Christus wird eines Tages die Kinder hier von dieser Erde nehmen. Danach brechen die sieben schrecklichsten Jahre hier auf dieser Weltzeit an. Und danach wird Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit mit seiner Gemeinde, mit seinem Leib sozusagen, hier wieder auf diese Erde wiederkommen. Und er wird dann ein echtes Friedensreich errichten. Und Roman schrieb nochmal zu dem Besitzer des Kulturstudios, dass Michael Grave offenbar wirklich noch auf der Suche ist. Also er ist kein Christ, weil er auch Naido interviewt hat und Naido leugnet, dass Jesus Christus Gott ist. Und da ist die Sache einfach auch klar, dass er kein Christ ist. Und Naido ist für mich einfach ein Spiritist, der völlig verstrickt im Satanismus drin steckt. Es ist ganz klar, also wer leugnet, dass Jesus Christus Gott ist, der kann nicht gerettet sein. Das ist nicht möglich. Und ich finde, das von Roman einfach auch so wichtig, den Aufruf für Michael zu beten, dass er gerettet wird. Weil Michael macht wirklich gute, informative Videos über die aktuelle Weltzeit. Ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn wir vermehrt für Michael beten, dass er gerettet wird. Und Roman hatte noch in einem anderen Kommentar dazu aufgerufen, dass es auch wichtig ist, dass man, wenn man ein Kind Gottes ist, sich immer wieder auch ja ins Gebet begibt, dass man einfach auch immer wieder zur Ruhe kommt. Und das ist auch mir sehr wichtig. Euer allererster Ansprechpartner muss Jesus Christus sein. Es ist natürlich sehr einfach, auch hier dann immer gleich Kommentare zu verfassen, weil ich antworte. Aber es ist auch gefährlich, dass man irgendwann Menschen nachläuft. Und das will ich nicht. Deswegen, wenn du irgendwie vor irgendwas vor der Bibel Angst hast und du bist aber gerettet, für mich persönlich ist das immer ein Zeichen davon, dass der Satan mich hier gerade versucht. Ich brauche keine Angst, vor der Bibel zu haben. Und deswegen ist auch das Gebet so wichtig. Und ich bete ganz sicherlich nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Das gebe ich auch offen zu. Aber ich habe zum Beispiel auch gelernt, für kleine alltägliche Sachen mich immer wieder zu bedanken. Weil Fakt ist, unser Alltag ist nicht mehr der Alltag, den wir kannten. Und der wird auch nicht mehr wiederkommen. Zum Beispiel hier bei Penny. Wenn ich einkaufen gehe, bin ich immer dankbar, dass ich einkaufen gehen kann, weil ich weiterhin meine Fake-Maske trage. Und ich sehe die Ampel, die dort installiert worden ist. Und die ganzen Leute bleiben dann stehen, wenn das Licht rot ist. Also diese Konditionierung der Menschen, die ist furchtbar. Oder wenn ich mit dem Bus fahren muss und ich fahre mittlerweile sehr selten mit dem Bus, weil ich da die medizinische Maske tragen muss, da kommst du mit dem Attest überhaupt nicht rein, dann bete ich einfach auch, dass der Herr mir hilft, dass ich das ertragen kann. Das alte Leben, was wir gekannt haben, das ist vorbei. Aber dadurch wächst einfach bei mir die Liebe gegenüber meinem Herrn umso mehr und auch die Dankbarkeit empfinde ich einfach auch immer stärker gegenüber ihm. Ich weiß, dass er uns hier durchführen wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du vor dieser kommenden Weltzeit keine Angst zu haben. Der Herr wird uns führen und leiten. Und das ist der letzte Kommentar und ich finde ihn so schön. Danke, Dickwar. Meine nächste Adresse ist die Himmelsstraße 7, 888 im Paradies. Mein Flug 777 auf Wolke mit dem Herrn. Ja, eines Tages wird es soweit sein, eines Tages hören wir die Posaune. Aber bis dahin, bis dahin müssen wir das Evangelium predigen. Ein Zeugnis sein. Menschen ansprechen, die das Böse hier sehen und offen sind, mit denen man noch darüber sprechen kann. Ich bin dem Herrn einfach dankbar. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich damals gerettet hat und ich freue mich. Ich freue mich auf den Himmel, weil ich weiß, dort ist mein Bürgerrecht, nicht hier unten auf der Erde. Und deswegen hasst uns die Welt, weil sie ihn auch damals gehasst hat und sie hasst ihn heute immer noch. Es ist aber auch klar, wir sind nicht für das Zornesgericht bestimmt. Der Herr wird seine Braut holen, aber der Herr wird seine Braut holen zur rechten Zeit und bis dahin können wir bloß beten und auch dem Herrn dankbar sein, weil, solange die Entrückung noch nicht geschehen ist, solange bekehren sich auch noch Menschen. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.